In der Nähe des Eichelbachs am kleinen Jüssee gibt es die Trümmer einer Informationstafel, die man wohl kaum noch instand setzen kann. Die Funkelnigelnagelneuen Informationstafeln vermitteln uns zum größten Teil, dass kein Müll gemacht werden kann. Hier in der Nähe des Eichelbach gibt es zwei Standfüße einer ehemaligen Informationstafel, die man wohl nicht mehr retten kann. Die sind aber auch schon locker. Das heißt, die liegen nur noch mit ihrem Betonfundament einfach so in der Gegend rum. Deswegen könnten die eigentlich mal entsorgt werden. In der Nähe des Zufluchts des Eichelbachs gibt es die Überreste einer Informationstafel, die eigentlich nur locker in der Gegend rumliegen, also quasi Müll sind. Und die können auch mal, wenn man schon so andere schöne neue Schilder hat, die für Ordnung sorgen sollen, auch wegräumen, damit man vielleicht auch zeigt, dass einem das auch ernst ist mit den Verhaltensvorgaben.